soo haben wir denn hier, wir kommen dann noch ne Runde, by the way mit Bussi, Tim und Eislöwe Bewegungssensor die let's gooo voll 5 5 EMF Warte, hier ist 8 drauf Ich hab ja gesagt, EMF ist voll, hast du gedacht? IMF Ich hol auch mehr Sachen Oh Gott oh ich hab ja es das ja Ja. Ja. von turm und bätschi fingerabdrücke oder geisterohr fingerabdrücke oder geisterohr das habe ich gesagt was sie ja ich bedanke mich und fingerabdrücke let's go fingerabdrücke 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 das geht schnell und diesmal bin ich nicht gestorben die sie die sie benji benji owa was ist besser bei profi sind alle tot dann im profi überraschung barriken bars pro präsent oi 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 Waschbecken kannst du komplett klicken, Alter. Ich habe auch noch eine Aufstellkamera dabei. Was nehme ich denn mit? Nimmst du zwei Leute EMF mit noch? Ja, ich nehme auch noch EMF. Hat jemand auch gut? Ja, blöd. Oh Gott, guck doch was. Ohohoh, wie, oh. Kann man, äh, Timmy einsperren? Psss. Mach mal ein bisschen sadomaso. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, zeig uns in zwei Erzugs auf. Weil ich hab die vier zum Beispiel Wasserfläche und die haben bei der EMF. Da geht's schneller. Ich würde sagen, ich gehe nach oben, was steht unten, dann ist da. Und dann geht's nach oben. Das heißt, wir gehen nach oben. Das heißt, wir gehen nach oben. Ja. 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 Hä? 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 WTF? Ja. Ja, die Tür geht richtig um. Woah, die Tür geht Terra. Der geht bei oben, dann. Sau da auf. Ihr wundert mal hin? Du Hütte mal oben. Der Putatte ist mal auf. Und muss bitte wieder da rein? Der Hütte mal дальше? Der NFT wird descendiert. Hollywood! Ja. 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 und war unten bei denen ist es 4 grad ist schon genug ja das ist bei euch und gefriertemperatur gefriertemperatur so basti wer seit dem block a b ach so Oh, ach Gott. Achter, oh Gott. Achter, oh Gott. Also hier im Büro ist auch minus. Ah, hier oben ist Ausschlag. Zwei. Minus elf hier. Ich bin hier im Computerraum. Jetzt ist Minus elf hier. Ich bin hier im Computerraum. 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 Also ich hatte hier auch Ausschlag gehabt also. Oh fuck. Not today my friend. Ich hab's keine alles guten, alle guten Dinge sind drei. Okay. 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 Ich komm grad in den Raum wo er angefließt hat. Also hier oder was? Ich muss euch am besten die Kamera aufstellen. Ja? Hier vorne. Ja. Ja. Ich muss euch die Kamera aufstellen. Vielen Dank. Ich hole mal mehr Stuff. Nee, der ist durch den Kamin. Holter Schwede, ey. Ach komm. Und Eis ist tot. Ich habe seinen letzten Hauch noch gehört. Ja, genau so. Ja, haben wir. Ja. Dann bist du einfach nur blind. Nein, bin ich nicht. Ja, bist du schon. Ja. 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 Oh Gott, mach die Tür auf! Nein! Basti! 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 Hallo! Ich meinte, no! Basti! Basti ist dead! Das kann Juraj oder ein Timon sein! Wie hängt der denn hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Gib mir ein Zeichen! Nö! Nö! Basti! Basti! Vielen Dank! Nö, hört er nicht. Nö, hört er nicht. Wow, die Kamera ist nicht gefunden. Ist ein Geisterorb. Ja, so Leute, hoffentlich habt ihr das aufgeschrieben jetzt. Ja, warte doch, vielleicht brauchen die anderen noch, um es einzutreiben. Kannst machen. Jawollah, dass ich das erkannt habe auf der Kamera. Ich hatte Dämon. Ja, das ist richtig. Okay, also... Also... Weißlöwe hatte gerade zwei Köpfe gehabt. Alles klar. Äh, ja. Warum hast du Dämon drin gehabt? Ja, weil ich dachte, du warst aufs Eingriff. Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte... Doch! Geisterorb! Ja, das sagt... Konnte schnell Überwachungskameras... Ach so. Ja, wir waren ja auch zusammen. Wir waren ja auch zusammen. Wir waren im Van drinnen. Ja, wir waren nicht. Immer mit uns mitkommen. Ich dachte, ich wollte nochmal. Habe ich auch gedacht. Ja, warum denn? Gab ja keinen Grund dafür. Ich dachte, ihr macht doch noch ein Foto von meiner Leiche. Ach so, ja. Ja, ich habe... Ich habe ein detailliertes Videomaterial von deiner Leiche. Habe ich auch gemacht. Ja, das war nice. Gut. Dann beende ich die Folge. Ich sage tschüss. Schaut rein. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von Fass, bevor wir haut rein. Und tschüss. Tschüss. Au. Das war wieder mein Ohr.